Ganz unmöglich hier, wenn man das mal wieder sieht hier, mitten auf einer Hauptstraße, im vornehmen Abteil hier Hamburg sozusagen, Stadtpark hier drüben, wenn man das mal sieht, wie die Straße hier aussieht, wie diese Absperrung hier ist, die schon echt ewig hier ist, alles kaputt gefahren, ganz toll, es ist nun mal eine Frage der Zeit, bis hier nicht nur ein Motorradfahrer drüber fällt, sondern auch irgendwie ein Radfahrer, sag ich jetzt mal einfach, die werden ja eigentlich immer bevorzugt behandelt hier, ne, unglaublich. Wenn man das sieht, wozu steht dieses Ding überhaupt hier, alles voller Zigarettenkippen, das ist Hamburg, hier umweltfreundlich ohne Ende, Nikotin, was hier in die Abwässer geht, die Tiere kriegen hier Nikotinvergiftung, was auch kein Flax, jetzt ist das wirklich so, nachweislich, unerhört, gucken Sie sich mal an hier, was ist hier alles rumliegt, das ist der Oberhammer, der Oberbrüller, umherfahren hier, gucken, ob die Leute keine Masken tragen und so ein Mist hier, sag ich jetzt mal einfach so, was man natürlich machen sollte, will ich gar nicht gegen anreden, Aber wenn ich sowas dagegen sehe, Gefahrenquelle ohne Ende, wenn hier eigentlich so ein bisschen nicht vorbeifährt, der Bus braucht hier nur Reinschlänkern aus Versehen, da fliegen diese ganzen Brocken hier durch die Gegend, das ist also unglaublich, die Hauptverkehrsader wird sozusagen und so verkrommen. Was ist das hier alles in unserem Land, worauf wird überhaupt geachtet, da fährt die Polizei hier längs, Polizeischufe ist gleich vor der Tür, wollte auch mal Polizist werden, will ich gar nichts gegen sagen, aber unmöglich, dass sowas nicht beachtet wird. Fährt ein Auto rum, peng, kommt ins Rutschen, Motorradfahrer fällt, stört sich zu Tode hier, verdorben kann ich nicht schlecht sprechen gerade, unmöglich. Fährt ein Auto rum, wenn ich sage, verwirkliche, ist das hier, ist das hier, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute sehen, die Leute, die Leute hier sehen, die Leute sehen.